Hallo meine Lieben, ich habe auf Instagram und Facebook zu aufgerufen zu diesem neuen Format. Ich habe mir was Neues ausgedacht, weil ich vermisse ein bisschen die Lava-Videos auf meinem Kanal und habe mir gedacht, ich möchte aber nicht so ganz einfach wieder irgendein Thema machen, was ich cool finde, sondern es geht ja hauptsächlich darum, auch euch ein Thema zu bieten, was ihr ganz cool findet. Deswegen habe ich dieses Format ins Leben gerufen und das heißt, so ein bisschen von meiner Meinung zu sprechen für euch, auch nicht immer zu fundiert, sondern ein bisschen ein Misch aus meiner Meinung und was ich gelesen habe und alles drumherum. Und deswegen machen wir es so, die erste Frage, die heute drankommt, die habe ich auf Instagram und Facebook gestellt und ab sofort könnt ihr immer unter dieses Video oder halt unter das Nächste eure Fragen stellen. Und die muss folgendermaßen formuliert sein, es muss immer so anfangen, Anne, was hältst du von? Also nicht wahllos irgendwelche Fragen stellen, sondern Anne, was hältst du von? Und dann könnt ihr fragen, was auch immer euch interessiert, wo meine Meinung zu irgendeinem Thema liegt. Und die Frage, die unter diesem Video die meisten Likes hat, also Daumen hoch, genau die Frage werde ich im nächsten Video beantworten. Ist egal, um was es geht, was euch interessiert, meine Meinung, kurz und knackig. Und heute geht es um das Thema, um die Pille. Ich wurde so, so oft gefragt, Anne, was hältst du von der Pille? Natürlich immer ein bisschen in Verbindung mit Kraftsport, mit Sport allgemein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja sehr, sehr, sehr lange dieses Thema vor mich hingeschoben, weil ich wollte, dass ich auch eine fundierte Meinung von einem Frauenarzt, einer Frauenärztin bekomme. Das hat sich lange hingezogen. Ich habe verschiedene Frauenärzte angeschrieben. Und es ist relativ schwer, zu dem Thema wirklich eine Meinung zu hören, die, ich sage mal, ganz, ganz frei von allem ist. Ich will den Frauenärzten da nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich immer ein bisschen ein schweres Thema, weil die Pille, und das ist eben eine Meinung von Frauenärzten, und das ist ja einfach fundiert, ist das am meisten genutzte Medikament, Tablette, die wir in Deutschland so haben. Und so, so viele Frauen nehmen die tagtäglich ein. Ich habe da selbst dazugehört. Ich habe die genommen vom Alter von 15 bis 28. Und ihr merkt ja bereits, wie ich das formuliert habe, ich habe sie bis jetzt genommen, also bis vor, ich denke, so circa vier Monaten, habe ich die Pille aufgehört zu nehmen. Und das lag daran, dass ich einfach finde, sie greift mir zu stark in meinen Körper ein. Es ist natürlich für junge Mädels, finde ich, ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits finde ich es gut, wenn junge Mädels sicher verhüten wollen, auch vor allem gegen eine zu frühe Schwangerschaft im jungen Alter. Andererseits hilft es natürlich nicht gegen sexuell transmittable diseases, also übermittelbare Krankheiten wie HIV oder ähnliches. Aber ich finde, es kann am Anfang eventuell eine gute Möglichkeit sein. Aber ich finde andererseits, auf der anderen Seite dieses zweischneidigen Schwertes, es ist halt eine hormonelle Behandlung. Und ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann, dass man das so verbreitet und ohne irgendwelche Aufklärung immer in alle Welt verstreut, wie das die Frauenärzte zurzeit machen. Ich habe deswegen sogar schon zweimal Frauenärztin gewechselt, weil ich die erste Frauenärztin gefragt hatte, ich würde gerne weg von hormonellen Behandlungen, eben der Pille, weil ich die schon so, so lange nehme und ich einfach nicht weiß, wie ist mein Körper natürlich. Und ich finde, wir Frauen sollten unseren Körper auch irgendwie spüren lernen. Und da kriegt man in der Regel immer so ziemlich ähnliche Antworten, ja, warum man das machen möchte. Und dann sagt man halt in seiner leihenhaften Weise, man möchte irgendwie weg von hormonellen Behandlungen jeglicher Art. Und dann kriegt man immer die meistgenannte Antwort, die Pille ist das am stärksten überwachtste Medikament, was wir in Deutschland haben. Aber ich finde trotzdem, dass immer noch so ein leihenhafter, schlechtes Gewissen dahinter steckt. Und das möchte ich eben nicht. Mir kann es das überwachte Medikament des ganzen Universums sein. Aber ich habe für mich jetzt einfach festgestellt, ich höre das mal auf, ich bin alt genug. Ich habe mich auch sehr, sehr stark mit anderen Verhütungsmethoden beschäftigt. Und da werde ich euch einen super Kanal, wie ich finde, auch zu dem Thema unten verlinken. Das ist die liebe Aileen von mittlerweile genannten Kanal Eat, Care, Live. Die hat so coole Videos dazu, alternative Verhütungsmethoden, was die Pille gemacht hat. Und ich habe so viele schlechte Erfahrungen darüber gelesen. Natürlich ist nicht bei jedem so. Nicht jeder hat schlechte Erfahrungen mit der Pille gemacht. Aber es rangiert halt wirklich von Wassereinlagerungen zu Schmerzen, zu man fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig Frau, man hat kein sexuelles Bedürfnis mehr. Das ist ja auch etwas, was wir mit beachten sollten, besonders als erwachsene Frau, wenn wir mal in einer langen Beziehung stecken, wo wir einfach Frau sein wollen. Das ist nicht alles das, was ich erlebt habe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was ich erlebt habe, ist, dass ich mich selbst ein bisschen verloren habe. Und ein zusätzliches Problem, was ich sehr, sehr erschreckend fand, ist, dass ich während der Zeit, wo ich keine Pille genommen habe, immer in dieser kurzen Sieben-Tages-Phase, habe ich sehr, sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Und zwar so starke Kopfschmerzen, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich habe irgendwas Schlimmes am Kopf. Und das Einzige, was die Frauenärztin mir dazu sagen konnte, war, ach, das sei ein ganz typischer Effekt während dieser Nicht-Einnahmephase, ist das wie eine Art Entzug. Und der Körper reagiert. Und ich finde, wenn dieses Wort schon fällt, kann es kein normales Medikament sein, dann hört es sich irgendwie ein bisschen drogenhaft an, finde ich. Auch ganz oft steht natürlich in Verbindung mit der Pille die Frage, besonders bei Frauen, die viel Sport machen, führt es dazu, dass ich nicht wirklich abnehmen kann, besonders um den Speckgürtel herum. Und auch Wassereinlagerungen, die dann ja oft passieren. Mit den Weißereinlagerungen weiß ich nicht richtig. Ich denke, das ist eine Verbindung aus vielen Sachen. Besonders in Verbindung mit dem Thema Fetteinlagerung, Hormone, denke ich, dass unsere Hormone sich natürlich wieder einpendeln müssen, nachdem wir die Pille abgesetzt haben. Aber ich habe es schon ein kleines Stück gemerkt. Das sage ich ganz ehrlich. Und das muss nicht bei jedem so sein. Gott, nein, ich sage nicht, dass jeder jetzt aufhören soll, die Pille zu nehmen. Aber bei mir war es so, dass ich schon gemerkt habe, dass ein bisschen um meinen Speckgürtel herum hat sich schon ein bisschen was getan. Ich muss natürlich trotzdem gesund essen und viel Sport schreiben. Aber da war schon so ein Plateau, was ich dadurch, dass ich die Pille jetzt abgesetzt habe, vor vier Monaten, merke ich das schon leicht. In den letzten vier Monaten habe ich auch gemerkt an mir selber, mein Körper muss sich immer noch, vier Monate ist es her, immer noch finden. Ich merke, wie auf einmal meine Haut anders reagiert. Ich hatte leichten Pickelbefall, sage ich jetzt mal, der schon wieder besser wird. Aber das alleine zeigt mir, dass die Hormone jetzt vollkommen verrückt spielen. Sie wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ich meine, sie waren schein-schwanger, mehr als zehn Jahre. Und es tut mir fast schon leid, dass ich meinem Körper das so lange angetan habe. Und das ist nur meine Meinung dazu. Keiner muss diese Meinung vertreten. Aber ich fühle mich jetzt wirklich viel mehr wieder in meinem Körper wohl. Und ich habe das von so vielen anderen Frauen gehört. Ich musste mich natürlich mit meinem Lebenspartner, Daniel, sehr, sehr lange damit auseinandersetzen, wie man jetzt die Verhütung und alles weiter betreibt. Das ist ein Thema, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, da gibt es auch sehr, sehr viele tolle Alternativen, die Aileen noch in ihrem Kanal erwähnt. Man muss auf jeden Fall nicht unbedingt hormonell verhüten, um auf der sicheren Seite zu sein. Natürlich gibt es noch andere Gründe, warum Leute die Pille nehmen, besonders im jungen Alter. Sei es aufgrund starker Akne, sei es aufgrund von anderen Nebenerscheinungen, die man loswerden möchte. Das sind alles Sachen, die ich selbst nicht sagen kann, wie das ist, weil ich hatte diese Erscheinung nicht. Bei mir ging es wirklich hauptsächlich um Verhütung. Und deswegen rede ich auch wirklich nur darüber, was ich davon halte. Das heißt nicht, dass euer Leben ein bisschen anders verläuft und ihr andere Gründe habt, die Pille zu nehmen. Aber ich kann abschließend auf jeden Fall sagen, ich habe keinen größeren Hunger dadurch am Schluss. Das ist auch bei anderen Mädchen anders. Deswegen bin ich voll und ganz zufrieden. Ihr wolltet lange wissen, ob ich die Pille nehme. Nein, ich nehme sie schon seit vier Monaten nicht mehr. Und ich fühle mich irgendwie viel wohler in meinem Körper. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was das nächste Videothema sein soll. Und nicht vergessen, es muss immer heißen, Anne, was hältst du von? Und auch interessant finde ich immer, wenn ihr ein bisschen über eure Geschichte erzählt. Wie war es für euch? Nehmt ihr die Pille? Warum nehmt ihr sie? Warum nehmt ihr sie eventuell nicht mehr? All das interessiert mich. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.